Musik Ja Louis, das ist der Opa aus dem Lisset in Paris. Ich stehe vor zwei Fenstern vom Emporium, die ich euch mal kurz zeigen wollte. Die sind schön abendlich dekoriert hier. Nur Promo-Fenster. Keine Artikel oder so. So, alles für Peter Pan. Jetzt am 25. Geburtstag. Da war dieses Fenster hier. Und dann haben wir hier Peter Pan. Im Klinkerbild ist auch noch drin. Na? Jawoll. Ja. Das war schnell, aber heftig. Zwei schöne Fenster aus dem Lisset in Paris hier. Vom 25. Geburtstag. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Bissi Opa. J'tans. ald veo 다nah. Ja. today Ike. Ike. J'tans. Vielen Dank.